hallo mein name ist danni trejo 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 ja und das ist der hazard neben mir richtig nee oh fuck dann habe ich vermasselt ich bin der hood das ist der hazard kammer ist da unten bei ihm rocket league ja und wir haben schon gut einen tanker auch wenn der hood ein bisschen nachlast würde ich mal sagen aber ist auch schön tut zumindest das spiel hier leiten leiten ja das was ich in meinem zustand schon nicht mehr kann leiten leiten halbleiter bin ich wenn überhaupt also aber ich glaube eher so ein viertel leiter wenn ich noch überhaupt leiten kann also knallbier ist das aber normalerweise ist es kein knallbier aber wenn man innerhalb von lass mich kurz rechnen geht erst noch pro stunde eins ist das für euch in ordnung ja ja aber irgendwie ging es für mich trotzdem schneller als gedacht aber wir haben schon ein paar gute spiele durch also blend versus zombies oh ja der neighborhood watch oder wie auch jemand das scheiß hieß aber ein sehr geiles spiel irgendwas gespielt mit battlefield hat uns heute gar nicht gemundet ging daneben ging und jetzt versuchen wir das was wir am besten können nicht gut spielen in rocket league ja ich habe geht am start gut dann klebe es zusammen das was noch zu retten ist der kennt kennt ja nicht das ist kit das macht man in die fugen oder ich und carlo guguino die fuge leistern meine kamera einstellen noch schnell ja das hat man kaum gemerkt wie unsympathisch sehr schön was wer was in form ist der tom seismore am start oder was ist denn das dann habt ihr es geschafft dann hol ich mir halt noch ein bier sehr schön sie die dave schmissen nachher noch gucken ah schön dass du das sagst weil ich hab schon gehofft ich hab schon gemacht 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 macht die wicker da weg er ist über die über meine schuhe gestolpert die alte drecksau ja die gott ist gott gott die große oh shit es geht gleich los es hat ja es war nicht gut es geht los es geht los das gibt's nicht der hut wäre eine maschine la maschina welche richtung müssen wir denn blau 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 das ist die richtige richtung für den abend weißt du was das spiel macht halt immer spaß flüssig so wie wir und wir riechen dann auch hinten raus blistert klabuster höhle auto dumme oh nein da geht der klabauter mann mit der oh mein gott ich habe ihn rausgefärbt echt ja ein bisschen zumindest aber die können gut spielen oh mein gott gegen die haben wir ab 0 chance der booster höhle klabauter mann macht doch das ding weg ich versuche es ja auch er leckt mich einer am arsch ich hab's versucht ach kacke mann rommelt die huren zusammen hessard ist wieder in der stadt und dann alle so und heute nacht wieder nichts verdienen ja hessard zahlt halt nicht hessard ist hessard will ich zahlen ja hessard wird bezahlt wenn er kommt und jetzt wisst ihr auch warum hessard ist unbezahlbar ja das weiß ich das freiberger krieg ich noch auf das weiß ich hat er noch da hat er noch der ist halt noch da ist noch mensch aber nicht mehr lange meine freundin oder fiktien ja es hat viele freundinnen aber genau was wirklich eklig der hessard ist ein richtiges fett monster sehr schön wir machen die brusttaschen einer jungen ich hab anal quark in den händen was anal quark guck jetzt alles erdacht oh da ist er macht der hessard nicht mal das funktioniert also wenn nicht mal das mehr funktioniert hier hudl ich hab auch sehr schön hudl oh das kann Longshot geben ne doch nicht aah doch shit aah ne ja dann rein oder doch kiki fuki blablabla nochmal nochmal ja fick mich doch an das sind lang oi 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 erst fangen sie ganz langsam an oi 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 dann kommt ein hund mit einer Pfote und er verteilt sein rote ja rote halt rote azur oh mein Gott nein nein ah das kam zu früh aus dem hals gespritzt ja ich hab extra dran gebumst dass er ähm nicht mehr so ja spritzig ist nicht mehr so oh ja guck mal die können ja so flugkünste machen das kann ich eigentlich auch wenn ich will ich nicht ja ich bleib wie beim boden der tatsachen baby oh ne ich hab'n babyfuchse oh jetzt wurde ich aber weggepumpst oh ne das rückwärts rein das ding ja 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 ich hab'n babyfuchse oh oh ich quats mich schon wieder an hier heute der ganze abend oh Gott fix 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 lappskäse gibt's ja auch zu essen morgen was lappskäse lappskäse oh weißermaßen jetzt in die Mitte weg oh sehr schön dankeschön ich kriege das noch aufgesprüzt ohr CAN I İ Bachelor ich kriege das noch aufgesprüzt der eis gefrostet das glas das liebe ich ja so oh ne ich schaff's nicht ganz wir haben eins zu eins das heißt es gibt verlängerungen neiii duriane neiii Doctor die kommen nach hinten ich hab ihn ich hab ihn das mist stück da kommt noch was oder kommt richtig mutter gar nicht mal so ich hab noch erwischt scheiße fliegt irgendwas in meinen mund ist schon im mund drin noch nicht die kommt immer dran an dem drecksack noch ein airschweißer airflug kack airflug scheiße jetzt kack scheiß so top kann scheiße das gibt's nicht vorbei gefahren da muss doch der hazard natürlich mit seinem prim-evil-pimmel ran so vor weil die mutterlein das kochen verlernt hat die mutter will an den herr zurück sie darf es nicht heute nacht ja warum fragt man sich weil sie gestopft wird oh mein scherz aber hat er auch mit der küche zu tun sie muss denn voll gras mitbekommen ja in der space gibt es über uns oh wir haben ja 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 es gibt schon weiter ich wollte schon zum lumpen tropf saugen oh ne geplant ja 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 bastard auch das war aber eine huren nummer war das tschuldigung ja das stimmt das stimmt das stimmt wird machen was aber du fickdrecksau so jetzt haben wir es jetzt rein jetzt rein jetzt die insel groß insel kotze die insel nein guck bringt der mutter das essen bei er nimmt die ganzen packen teile hier die alte sau sehr gut jetzt irgendwie gedreht mich hat es schon wieder gedreht junge frau das könnten scheiß nicht tor sein war nicht schlecht war nicht schlechter wird der mutter so ein bisschen ja sehr schön gemacht und werde jetzt gekommen ich bin vorne mitte ich hab's gewusst die bringen das ich hab meine kamera verrutscht immer ach ist mir auch egal ich bin monster ich bin monster mich immer so zutiefen ich würde gerne von karlas arschpicken das sagst du mein sohn das sagst du wann wann ist die frage eiberger ok export interessant da bin ich auf mutter seine meinung gespannt wenn er sich zum munde reizt aber ok aber wir waren nicht schlecht die selbe erfahrung wie vorhin bei battlefield wo wir die neue map die hat uns zerrissen in der in der luft provoz die map ist sehr sehr gut muss ich sagen die hat hat so ein close cover ja aber es hat irgendwie so gewirkt als hätten oh mein gott hätten die alle gecheatet wenn das schluck aufkommt meine damen und herren es ist saukalt das ding aber da tut die speicheldrüse veräzen ja was veräzen ätzen achtung das ist so ätzend ätzend das ist ein geiles wort schönes wort aus den 70 80ern erfunden in den 60ern in den 70ern so ein bisschen kam es raus 80er haben es dann übernommen in den 90ern haben sie gesagt ja gut ist ein gutes wort und ja 2000 den computer gecrasht und alle die ätzend gesagt haben wurden ermordet vom cia nur dass ihr es wisst ich bin hinten wie fett war sie sie haben die das high school foto von der luft aufgenommen und es gab ja auch den erwart für die kürzeste rolle in einem film für hellberry sehr schön oder es könnte das kürzeste gewesen sein ja weil er nur sagt oh dann kann ich ja doch jetzt bin ich sogar an diesem ball vorbeigefallen hat das gesehen das muss man schon können so schlecht zu spielen ist alles harte arbeit bei uns bei mir vor allem ach guck dir das an ist die mutter doch halt nackt von der balkonkant gefallen richtig frisch auf den steifen meinerseits ja ich sag's ja immer wieder guck mal drüber gespielt ja als hätte man mir das kissen im arsch zerfetzt so jetzt ran jungs nein die kommen ja jetzt aber die haben echt beschissen gefangen oh nee da wird der frau zur arsch mund und eichel geraten ja das nimmt sie auch an dankend das angebot ich hab's verwischt was passiert eigentlich da vorne hat mir roger ja aber ich einmal was sinnvolles gemacht einmal in meinem verdammten leben jetzt gerade das ist ein country-lied haben wir fallen in der redneck range sehr schön bleib mal hinten ersatz gut dann mach ich mal fahren obwohl ich sehr viel abstand zum ball habe oh das ist cool jetzt kannst du noch um die t-shirts bestellen auch gerade mal so schleifwerbung rein gemacht was ist da los nein ich kann mir das anschauen darf nicht rumschreiben scheiße sehr schön man fliegt frau das wollte ich eigentlich nicht das ist eher so eine steilvorlage gewesen vorbeigeflogen inzwischen ja primmel aromat war mein feder wahrscheinlich dann jetzt war nix himmel aromat jetzt kommt der hessard wieder ein spiel manchmal mitte oder ging zu schnell drüben und ihr wisst schon oh nein ist es ein dorthin das war kurz davor gell ja sehr schön sehr schön die gescheiße warte mal ah ja nee der ist doch ausgerollt aber die hatten reingehämmert sehr schönes ding das war ein schöner longshot das hätte ja mehr wunder voll effekt da ist der mutter der kragen geplatzt wenn die mutter langsam schatzt schatz super ja sie schatzt also man schatzt laut ach so schatzen ist auch nicht schlecht ja schatzen ist er hat sich nicht so schlimm guckt euch das ding an das fliegt ja in die richtung lasst dies ja nicht nur machen minona riders arsch jetzt hat er mir den oh da hätte ich aber reinbekommen den fegt das aus ja eigentlich schon ein bisschen dafür habe ich ihn auf unser tor geschossen oh gott als strafe oh unsere nee nee das war schon gut geschossen den ornösen ball aufgehalten hat mit ihren oh so mit deinen spitzen was guck 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 mal so soll ich vor frisch gewichst ich bin hinten ich habe meine schuhe frisch gewichst weit weg weg das sollte man fok hast du deinen schuh auch frisch gewichst ja mit meiner eigenen soße bearbeiten oh meineyer goodness yo 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 weg mit nem ei Ich bin schlecht im Tor Ja, aber das Ding ist vorne Ich bin auch vorne Mitte, also wenn ihr darf Frische Titte Nein, du, Alter Tut mir leid, du bist aber auch dran für B Nee, ich hab den einen Typ noch weggerannt Dann geht's Oh, du dumme Hure Ich hab, oh, einfach nichts gemacht Das gibt Latte Prost Oh, Annabelle, sehr schön, sehr schön Nein Das war zu spät, das war zu spät Eigentlich gar nicht so vorfahren, soweit Jetzt haben wir das Ja, auch nichts Haben wir das Problem Annabelle 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 Annalbell Ja, das ist, wenn so ein Babykäse im Ja, im Im Schlosswerk verrußt Ja, sehr schön Im Schokosalon Äh, Salon endet Ja, so ein kleiner Babykäse, wenn er Im Schokosalon endet Schade Wie hieß das nochmal, das Wort? Annalbell Oh, fuck, ja Ich bin vorne, doch, ich weiß, Annalbell Oh Das Niveau, ähm Bängt Ja, brennt Brennt Das ist Pazifisten-Scheiß in den Haaren Aber wir haben gut gewonnen Wir haben sehr gut gewonnen So gefällt mir das, meine Damen und Herren Soll man schon aufhören? Soll man noch eine Runde dranhängen hier? Nö Eine Runde dran Was ich mir gerade überlegt habe Ich habe eine Pflanze Oh, aha Oho, oho Kann ich die öffnen? Ne, da muss ich ja aufhören Ne, will ich nicht Ähm Nö Nö Oh, der schreit Uns wurde ja immer vorgeworfen Also, nee, liebevoll vorgeworfen Dass wir zu laut sind Ich glaube, an Knossi kommen wir nicht ran Knossi ist so Der macht, äh Ja, man kennt ihn aus Pokerstars Glaube ich Tut viel moderieren in Pokerstars Okay Und, äh Hat auch schon Ich weiß gar nicht, was er noch moderiert In Sport1 ist er da Mhm Und hat aber auch einen Twitch-Kanal Nossi The Real Knossi, glaube ich Heißt er genau Und wenn der, äh Die, diese Casinos-Clot-Maschinen spielt Und gewinnt Alter, der schreit so laut So was habe ich aber wirklich Es ist total witzig Es ist wirklich witzig Aber so laut Da sind wir Da sind wir Kinder gegen Da sind wir 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 wirklich 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 Chorknaben dagegen Echt? Das wusste ich nicht Es ist so laut, dass dieser Granaten Aber ich find's geil Ja eben, dann würde ich mal sagen Das sollte wirklich jeder machen So wie er es gern macht Wir schreien ja auch mal gern Ich schreie viel lauter jetzt Ab jetzt schreie ich viel lauter Vielleicht müssen wir das Büro mal endlich in den Keller bauen Es geht ja nicht darum Es wurde uns liebevoll Vorgruppen Dass wir in den Let's Plays zu laut sind Vielleicht liegt es nur daran Dass wir die falschen Mikrofone benutzen Vielleicht muss der Schrei Synthesizert Enhanced Und auch so ein bisschen hoch Zelebriert werden Und nicht so Eigentlich ist es auch scheißegal Eigentlich ist es scheißegal Ja, meine Damen und Herren Ja, du für dich schon Ich spiel weiter Im Schacht Im Schacht Das heißt kein Ghost Recon Doch, doch, doch Das ist auch für ein Scheiß Wie das hieß Doch Echt? Das könnte aber lang und zähig werden Macht ja auch nichts Umso dreckiger werden wir auch Ich mein, wir sind jetzt Gut dabei Finde ich Ich glaube da kam Hallo Eine kleine Karotte mit Ich weiß es nicht Karottchen gegessen Ja, so ein Oldschool Süppchen Das heißt Karotten kauen und Suppe geht bei dir gar nicht Doch, ich kau die Du trinkst das wie so ein Walfisch Ja Wie Plankton Ja, die 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 Ufeisen mit trinken In der Suppe Ja Merk da kaum Wie heißt Scheiße, habe ich den Namen vergessen Karotten Und da gibt es doch auch diese Erzchen Nee Ja Was Wurzeln Das sind so Wurzeln Ich habe Wurzeln Ah, Schwarzwurzeln Nein Echt nicht Ja, wie heißt denn Die Pastinake Genau das war es Ah, die Pastinake Die gemeine Pastinake Das habe ich aber doch abgewehrt Das ist sehr schön Warst du das Ja Oh, jetzt fliegt der Ball uns um die Ohren Hier Ja, keiner trifft das Ding Aber nur noch der Hut trifft das Ja, der Hut in der drinnen Person trifft das Boah, das wurde hier weggemixt Aber Oh, ne Ah, fuck Der Hut trifft Das ist, das ist es Das ist es Sag nur eins Fatboys for life Ah, ich liebe es Fatboys, Fatboys What you gonna do Schwabbeln Wanna do Schwabbeln Oh Gott, jetzt bin ich ein bisschen schwindelig Oh Gott Also du hast aber schon gemerkt, dass hier Monster sind eigentlich Fatboys Fatboys What you gonna do Schwabbeln Schwabbeln When you fat with you Ah Schwabbeln Bobbeln Bobbeln Ah Oh Schwabbeln Schwabbeln Ah, der Schwabbeln Auch das Werkzeug Schwabbeln Das ist so ein Das gibt es nur, glaube ich, bei uns Gibt es das nur bei uns? So eine Mehlpfütze, die man von hinten senkt Ähm Das ist doch so Abschleifteil Abschleifen, ja Heißt das nicht so überall so? So nennt ich meine Hand, wenn sie schleift Äh Oh Wo, 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 wo geschwabbelt wird, fallen Späne Unter anderem Schwabbelfaust werde ich auch genannt King Rohan King Skull Von Von Ja Schwabbeln 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 Ich bin Oh Winnipeg Ja, oder Winnipeg Winnipeg? Ja, das ist so die Stadt da in Kanada Ähm Ach Oh Knossi Knossis Oh, du hast Ja Ansonsten hätte ich gesagt Nee, das kann ich jetzt nicht sagen, aber Ich hätte auch noch andere Sachen mit Knossi vor Wenn er denn Lust, äh, drauf hat Oder will Achst Äh Nein Sag ich jetzt nicht Kommt morgen, äh, in die, ähm Annalen Oh Ja, Hood macht schöne Sachen da oben Leck mich am Arsch Da fliegt aber auch Wie ein Englischen durch die Luft hier Jetzt haben wir auch Mach mal was mit, ich rein Der kommt zurück Der kommt zurück, Hessard Ooooooooh Jetzt, I'll be back I'll be back I'll be back Heilige nochmal zurück Der Hood ist wirklich Jetzt, 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 der fliegt voll rein Man muss den Hood einfach gut abfüllen, dann ist ja, ähm, prächtig Oh, fuck Oh, oh, Brechwurst Nochmal zurück Jetzt mach ich ihm das Ding selber rein Das ist mir jetzt Machst du das echt selber? Dann kann ich auch in die Mitte, äh, schreien Er fliegt in die Mitte, er fliegt in die Mitte Er fliegt in die Mitte Mein Gott, ähm, Farah Ja! Ich kann nur Vorlagen schießen Das kann ich auch Das sind schöne Vorlagen Und Tor schießen kannst du auch Was kann ich? Nichts Oh Das wird so ein Ersschan... Jetzt! Nee, nee, nee Ich hab den Analbrand besiegt mit meiner Zunge Oh Oh man Oh Scheiße, das war beschissen geflogen Fakt, man, Haut! Pass auf! Oh, Schietzki Ah! Ich bin auch nur vorbeigeflogen! Oh shit, es geht! Oh yeah! Der kam einfach nur noch höher. Wie fuck ist das? Sehr hudl, sehr gut. Ohhhh! Spritze! Ohhhh! Ich wurde gesprengt. Hat er ein Tor gemacht? Hat er ein Tor gemacht? Ich wurde gesprengt. Ich wurde gesprengt, meine Damen und Herren. Ich wurde gesprengt. Fett und saugend. Findet man den Hut in sich selbst wieder. In sich gekehrt. Ja, da bin ich auch morgen. Lauf! Fahr, meine ich. Ohhhh! Ohhhh, der kommt immer schneller dran. Das sind Studenten wahrscheinlich. Was? Lach mich. Das ist nur meine Meinung. Das ist meine... Das ist deine Meinung, Mann. Mit richtig schönen Booties. Also weibliche Studenten oder... Wo äh... Keine Ahnung. Ähm... Heretik studieren. Oder irgendwas. Weg studieren oder was? Was? Keine Ahnung. Oder ID, Software, Game... Ohhhh. Ein Gamechanger bin ich eigentlich. Bei den Let's Plays. Oh, ja. Bitte mach mal ein Change. Ne, ich change jetzt erstmal gar nichts. Für euch. Ohhhh, Schitzki! Pizza... Äh... Scheiß Food. Oh, jetzt... Ja. Oh, der Philipp war drauf dran. Der heißt ja nicht Philipp. Oh, Philipp! Jetzt guckt mal der Gangchanger. Ja, aber macht der Gamechanger. Mach der Gamechanger! Da ist blauer Hulk. Ich denke auch noch blauer Hulk. Baaah... Uh... Pfui! Baby Pfui! Jetzt! Jetzt habt ihr mir ein Tor machen. Ja, aber ich kann doch nichts machen. Jetzt haben wir! Das... Woah! 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 Ich fahr' Auto! Ja, leck mich am Arsch! Das ist mir... Oh, ne Nieren gefickt. Was sind hier? Ranked-Mis. Oft Ranked-Server, meine Damen und Herren. Hm. Das muss man nochmal... Knallhart gesagt haben. Ich bring mal hinten. Ich hätt's aber vorsagen können. Jetzt spiele ich bestimmt schlechter. Automatisch. Achso. Nee. Ach, Werner Eckart. Oh, lass doch mal die Pfeife spielen. Lass doch mal... Oh, die analen Nudeln. Äh, ja... Ja, ähm... Ist das kacke? Was ist das los? Was ist jetzt? Warte mal, machen die das extra? Wollten die... Die haben wahrscheinlich gevotet. Sollen jetzt aufhören? So... Und dann haben sie gesagt... Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Das ist eigentlich eine Pilzvergiftung. Meine Damen und Herren, das war Rocket League Hood Hazard. Ja, okay. Oh, das kam jetzt verfrüht. Das wusste ich jetzt nicht. Warum habe ich Schokolade an meinen Händen? Ja, warte mal, stopp. Meinst du, ist es echte Schokolade oder ist es the wrong kind of Schoki? Dann muss ich mein gelbes Puffball Dress wahrscheinlich anziehen, meine Damen und Herren. Ich bin ein Mad Ghost, bin ich jetzt mit euch zusammen. Ansonsten hätte ich gesagt, wir spielen jetzt, wie heißt das nochmal, Ghost Recon Power of Fire. Ja, im nächsten Let's Play. Also Ghost Recon, merkt euch den Namen Power of Fire, heißt das glaube ich? Ja, das ist ein absolut aktuelles Spiel. Ich sag nur noch Goodbye. Chicken Kebab, oder? Chicken Kebab? Ne, das weiß ich nicht. Ich weiß es auch nicht. Oh, Tropical Coptains, warte mal drin. Abstand, die beste Serie, die je gemacht wurde. Nur noch Nerds of the Dead kannst toppen. Das, ja, also, natürlich Nerds of the Dead, klar. Ansonsten hätte ich auch gesagt, Twin Peaks, aber ne. Ne, Twin Peaks kommen nicht an Nerds of the Dead. Vielleicht Ash noch und Happy. Happy, ja. Und auch Stranger Things und so weiter. Und The Boys. Richtig. Aber ansonsten hätte ich gesagt, Black Mirror, allein von der Qualität in Nerds of the Dead. Ja. Dankeschön fürs Zuschauen. Gute Nacht. Und ansonsten hätte ich gesagt, kippen wir uns noch ein paar Bier in den Hals. Es waren viel zu wenige. Und ja, Ghost Recon Power of Fire. Ja, ihr müsst auf jeden Fall die nächsten Let's Plays angucken. Weil irgendwann kann es kommen, dass man, dass jemand ne ganzes, nein, ne ganze Bierflasche verschluckt einfach, weil er so gierig ist. So gierig. Du meinst, man tut sich also ganz, ganz normal hier. Von Simpsons, Homer Simpson abgeguckt. Wir wachsen uns erstmal das Mundloch. Und dann nehmen wir das Glas, die Flasche, Entschuldigung, die Flasche. Irgendwie auch noch ein Olivenöl muss es sein, extra nativ. Und dann wird die volle Flasche so herangedreht und reingedreht. Das wär mal, das find ich mal, das wär ein Let's Play wert. Alles andere ist scheiße. Wo das Ding halt rauskommt, wie das Ding rauskommt, ist ne andere Farbe. Was ich dann noch mach, wenn wir Geld haben, ich kauf mir dieses Ohrenset mit diesen E-Asim, R-Asim, diese zwei Ohren. Ach, diese, diese Mikrofon. Reißen mit On rum, weil ich mitten reinfliege. Was ich machen würd, ich würd erst so anfangen, ich würd diese Dinger streicheln. Und dann, also dieses A-As-M-R, dieses Audio Ohren. Ja, diese Power-Scheiße. Ja. Zwischendurch, ich würd 14 dran machen, ich würd, äh, die Hornhaut abhobeln. Ne, ne, ja, das wär auch ne Idee. Ja, das wär auch ne Idee. Ich würd einfach machen, ne Weile, so 10 Minuten. Und dann würd ich grad dranhauen, dann fickt's alle aus den Stühlen raus. Oder ich würd das Ding rutschen. Ich würd völlig durchdrehen an dem Ding. Ich würd nämlich so machen. Ja, jetzt vorhör ich zu, das ist das Rezept für das beste ASMR Scheißding ever. Ich würd die Grund, ähm, Lautstärke wirklich so niedrig halten, dass alle denken, okay, da müssen wir ein bisschen aufdrehen. Ich würd's nicht mal leiser machen, oder? Brr, bau! Wuhuu! Schatz! Oder macht so ne Fred a turn, du? Das Ding so drrdrdrr. Wegsteppen. Mit den Füßen. Oh mein Gott, meine Damen und Herren. Ja, ihr seht schon. Fantasie kennt keine Grenzen bei uns, ja. Und ein paar Bierchen auch nicht. Mein Gott, ja, es war schön mit euch. Macht's gut. Und ansonsten... Wolld ich sagen. Schaut unbedingt bei Nerds of the Dead rein. Patreon. Verdammt, wie geil ist das? Oh, ja. Nächstes Mal. Huch! Ja. Auch, ähm, wenn ich die Namen jetzt nicht mehr in den Mund nehmen dürfte oder sollte, aber Thielugosion und Botze69 sind dabei. Und das Vater. Und wir, genau, schön gesagt. Und wir, der innere Kreis. Die Säufer. Der Hesat. Ja. Der Hood. Ich. Klaxi und Onkel Scheib. Der Scheibenonkel. Dankeschön. Ja. Wir sind alle dabei und haben auch schon unsere Dabeivideos. Ich meine, wir zwei brauchen keins. Ne, achso. Klaxi, seins kommt ja noch. Onkel Scheib hat schon gesendet. Wunderschön. Stimmt, aber wir können auch... Ne, eigentlich nicht. Ja, achso, du meinst die eigentlichen Macher. Okay. Das ist schräg vielleicht ein bisschen. Ja, aber ich glaube, wir sollten es machen, weil wir machen ja sonst nicht so viel Werbung. Also... Ja, ne. Das Projekt können wir damit vorstellen. Sollten. Bis zum nächsten Mal. Ich muss kotzen. Tschüss. 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 Tschüss.